Ja hallo, wieder einmal und jetzt kommt der Video Schnellstart Tipp Nummer 6 und zwar geht es um die Musik, Hintergrundmusik. Magst du Videos mit Hintergrundmusik, dann möchte ich dir zwei, drei Ratschläge mit auf den Weg geben. Erstens, wenn du die Musik aussuchst, nimm eine lizenzfreie Musik, dass du keine Probleme bekommst. Ich werde dir noch den Link unten hineinblenden, wo du kostenlose, lizenzfreie Musik bekommst, dass du keine Probleme irgendwann bekommst mit deinem Video. Dann, wenn du etwas dazu sprichst, wenn du im Video sprichst, solltest du die Musik möglichst leise machen, weil es kann sehr störend sein, wenn du den Pegel hoch hast. Ich werde dir das nachher noch kurz zeigen, was ich gemeint habe damit und so, dass die Musik wirklich ganz dezent im Hintergrund ist. Nicht, dass du und deine Stimme von der Musik erschlagen wird. Ja, die lizenzfreie Musik von YouTube selber, also auf YouTube gibt es eine ganze Anzahl lizenzfreier Musik, die findest du unter youtube.com slash audio library slash music und dort kannst du nach verschiedenen Genres suchen zum Beispiel, also du kannst gefühlvolle Musik oder poppige oder schnelle Musik, je nachdem kannst du suchen und dort sind auch die verschiedenen Lizenzarten eingeblendet, also da kannst du zum Beispiel die eine Musik kannst du übernehmen, musst du aber im Abspann dann den Interpreten reinschreiben oder du kannst Musik komplett frei verfügen, das heisst die Art und Weise wie du die Musik brauchen kannst, bei gewissen Stücken ist es so, dass du den Interpreten im Abspann auch führen musst und bei gewissen Musikstücken ist es so, dass du die frei verfügen, zur freien Verfügung bekommst.